Also wenn es ganz schlimm kommt, müssen wir das abbrechen. Oh nein! Es ist sinnlos, bloß Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Test genauer ansieht, merkt sofort, wer der eigentliche Held ist. Yeah! Das Spiel ist für uns programmiert worden. Nee, ist klar. Wie geil! Er ersetzt Orange durch Frodo. Komme. Ah, ich will nicht. 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 Äh, ich glaub da muss jemand springen. Mhm. Ich spring auf der Knapp. Guck mal was passiert. Was passiert? Da ist irgendwas passiert. Ah, da geht was auf. Cool. Äh, ich glaub man kann hier bestimmt sinnvollerweise sowas machen und jetzt kannst du da rein... nee. Das hast du genau richtig vorhergesehen. Hahaha. So. Jetzt spring! Na, komm. Nee, geht nicht. Ich kann dich auch nicht höher machen. Hier ist auch, glaub ich, keine Möglichkeit für Portale. Warte mal. Ähm. 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 Ich glaube der ist falsch. Ja, das glaub ich auch. So, wenn dann so. Dann machst du bitte... Ähm. Hier ein Portal hin. Und da genau zum Eingang hin bitte. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie überzeugen, dass er da unseren Bällchen ausgibt. Ich hätte das ja als erstes getan. Nein, 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 nein. Weil ansonsten fällst du da wieder rein. Ich probier das jetzt nochmal. Ich nehm mal Anlauf, vielleicht hilft das. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Idee da oben rein zu fliegen war schon ganz okay. Hm. Hm. Ach, du könntest auch da einfach so durch hüpfen. Das könnte helfen, aber dann solltest du das jetzt machen. Ich hüpfe. Mhm. Ja. Könnte Sinn machen. Zug. Weil sonst wären die Portale ja weg. Ups. Ich bin runtergefallen. Ist das eine Sperre oder was? Nein. Oh, bist einfach nur... okay. Ich war einfach nur... zu greedy. Okay. Was machst du bitte? Nee, das war's nicht, glaube ich. Ich glaube, ich hab einen Ball gefunden. Warte mal. Ach, der hängt hier in der Luft, der Ball. Ja, ja. Ja. Den krieg ich hier aber auch nur raus. Kannst du nochmal auf den Ball klicken, bitte? Also den nächsten Ball holen. Knopf quasi. Aber ich kann ihn doch einfach hier rausschmeißen. Nimm doch Knopf. Nimm Knopf. Nicht Jim Knopf, sondern nimm Knopf. Ja, ich hab's zwar schon verstanden. Okay, und jetzt kommst du runter? Ich komm ja schon. Und jetzt machen wir das mit dem Portal, das ursprünglich gesagt hat. Mhm. Früchte. Naja. Auf der anderen Seite. Mhm. Sehr gut. Jo. Schön. Schön. Too easy. Ein bisschen. Aufgezeichnet. Ihr macht euch beide sehr gut. Tja. Doofes, doofes Spiel. Ja. Haha. Oh, das ist wirklich auch cool. Ja. Haha. Haha. Sitz, 2, 3, 2, 3, 4. Ja, das ist ein bisschen. Tja. Vox. Teucht. Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Untertitelung des ZDF, 2020